So Leute, hallo und herzlich willkommen zu FIFA 21, zu einem neuen Format von mir. Also so neu ist es ja nicht. Die Idee wurde geboren aus der Liga, die ich mit Ending in der Deutschen Bundesliga gemacht habe. Das möchte ich jetzt hier alleine fortführen, aber mit einer richtigen Liga, wo man dann eben die Tore, Torschützen und so weiter sieht. Anfange natürlich in der englischen Liga der Premier League. Und zwar habe ich mich hier für Brighton entschlossen. Und wir spielen hier eine neue Saison. Die Mannschaft tun wir uns noch einstellen. Die Aufstellung nehme ich sicher nicht. Dauert ein bisschen, bis man die richtige gefunden hat. Die habe ich gesucht. Genau die. White oder Webster nehmen wir ihm hier. Whaleback muss weichen. Aber da kommt er. Wie machen wir hier noch? Brepper. Tau haben wir hier. Lallana haben wir hier. Corneli. Corneli. Du kannst LMRM. Du kannst LMRM. Du kannst LMRM. Du kannst LMRM. Lallana. Das ist gut, falls sich wer verletzt. Lallana. Nehmt auf der Bankweißplatz. Tau. Whaleback Prepper. Lallana kann nach ZOM. Gut zu wissen. Und ich würde mal sagen, so gehen wir mal rein. in das erste Spiel, welches gegen Everton stattfindet. Jetzt schaue ich mir nochmal da. Ja, das passt. Und Bam schon gespielt, wie wir hier sehen. So. Brighton. Das wird nicht der stärkste Klub genommen. Das wird auch nicht der schwächste Klub genommen. Und ich habe jetzt Soundprobleme wieder. Bisschen. Und dann? Ja. Was ist das? Das wird irgendwie nicht. jetzt passt so wie gesagt nicht den besten vereinen nicht den schlechtesten wobei in der englischen bundesliga ist das ein bisschen schwer da sind eigentlich alle gut da gibt es zum beispiel kein dreierteam kein dreieinhalbteam alles drüber trossat wenn er gestört ja was nämlich hier auch cool ist jetzt sehen ja meines wissens nach auch alle verletzungen alle gelben karten wenn zu viele sind alle roten karten etc und das ganze ist dann natürlich noch mehr interessanter wenn einmal spieler fehlen mal von der anderen seite probieren ja er wird ein unterdrück guter bus guter guter kämpft wollte ich sagen aber dann hart auslassen ja der ist wieder vorne schneller verteidiger schneller verteidiger ja bis jetzt kommt er nicht durch ja sechs Sekunden macht 50-50 Schuss ja 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 Ciao Oh, das war wichtig, dass der gestört worden ist und dass das nicht als Elfer gezählt hat Ja, ausgeglichene Statistik hier Lassen wir ihn mal lernen, vielleicht die Erfahrung Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum habe ich Brighton genommen? Wegen ihm hier, Gross, spielt hier, der Gross Den habe ich schon, wie er noch jung war, in der FIFA-KR gespielt Und ich dachte mir, einmal geht es noch Oh 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 Das wollt ihr nicht hin Oh 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 mein Gott, jetzt haben sie sich selber ausspielt Aber Gott sei Dank, der Schuss Zu schwach Oh 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 Ja, jetzt müssen sie aufpassen Oh Oh, knapp Ja, Pascal ist groß Aida ja vielleicht jetzt was was war jetzt oder das hätte ich aber auch gerne gesehen dass das abseits war so wheelback gut, machen wir es so, doppelwechsel noch euler, wieso geht er nicht hin oi oi oi, wenn er so weiter geht wird bald einer stehen tau tau pickford ja gut, er kämpft mmmm wheelback oh da geht keiner hin ja, 0 zu 0 geht das erste Match aus bitte bleibt dran ich plane es so dass immer zwei Matches auf einmal hier in einer Folge zu sehen sein werden also bleibt dran, es geht hier gleich weiter, jetzt muss ich mal schauen wie viele gelbe karten ich mir eingefangen habe vier gelbe karten bis zum wahnsinn, das ist eindeutig zu viel hab ich so bin Vielen Dank.